Musik Frisch ans Werk. Guten Tag. Ups. Ich muss ja aufstehen. Hallo Baby. Wo ist denn Finnel hin? Finnel! Ich bin mein Baby. Was? Hast du mal rausgeguckt? Die Bäume sind alle ganz bunt. Gelb und rot. Oh, schau mal den Garten. Das hast du aber schön gepflanzt. Was? Wie? Wo? Wo? Aber nicht in den Pötten drin. Das ist ein bisschen chaotisch im Garten. Wo ist denn hier in den Garten? Ach, unser Garten. Guck mal. Was ist denn das denn hier? Was ist denn hier passiert? Kürbisse. Ich mag keinen Kürbis. Doch so eine Kürbissuppe ist eigentlich ganz schön lecker. Kennst du Kürbissuppe? Ja, habe ich mal gegessen. Die sind lecker. Die sind ein Steakhaus, wo wir letztens waren. Du weißt du, mit deinen Eltern und so. Hast du Kürbisse? Nee, aber damals, als ich da... Da hat mir anscheinend eine andere Köche gehabt. Denn da möchte ich eigentlich nie wieder hin. Nee, ich fand das da ganz schlecht. Ich fand es da nicht gut. Jetzt. Damals war das toll. Oh, ich bin ein Kumbert. Was habe ich denn dabei? Oh. Oh, 22 Kürbisse. 88 Kilo. Hauauaua. Die kommen in den Kühlschrank am besten. Ich weiß nicht. Nein, du musst du nicht in den Kühlschrank tun. Die haben keine Haltbarkeit irgendwie. Aber die können wir in den Schrank tun, der da neben dem Grill, in der Grillnähe ist. Was kann man denn damit machen? Ja, praktisch gleich im Garten. Ach so, die kann man so... Schöne Farben. Das mag ich am Herbst. Echt? Die Farben sind ja klasse. Ja, ich finde das auch toll. Ach, was mache ich denn hier? Walter Schrank. Gucken wir mal, hier ist der richtige Platz dafür. Ach so, ich dachte hier vorne. Hier bei den Äffchen will ich auch ein bisschen hin tun. Könnt ihr auch ein bisschen Halloween feiern. Oder Erntedankfest oder... Ach, guck mal, sieht ja toll aus. Ich möchte mal gerne eine Runde fliegen. Ja, ich auch. Ich komme mit. Da ist immer mehr. Ich komme mit. Warten wir mal mir denn alles mit? Ich wollte hier bloß mal ein paar Kürbis hin tun. Okay, da ist alles gut mit. Die müssen unterschiedliche Größen haben. Das ist schön. Ja, ne? Ja, dann kann man das so ein bisschen hier... So hier in unserer Speisekammer, ne? Ich fliege erstmal in unsere Spawn-Stelle. Spawn-Stelle? Spawn-Stelle. Das, das... Wie in der Zunge an Spitzestein gestoßen ist. Wollte mal gucken, ob da ein roter Raptor ist. Kommst du aus Hamburg? Nee, eigentlich nicht. Nee, ja. Aber die reden so. Aus Leberkuchen, ne? Oder so? Yep. Ah, ich muss erstmal hier unsere Äffchen wieder retten. Unsere Steh-auf-Äffchen. Well, jetzt geht das sofort. Jetzt muss man keinen Schritt mehr gehen. Trotz, ne, doch nicht. Ich bin auch gar nicht gegangen. Nö, hier ist der übliche Wahnsinn, aber nichts Rotes. Ich finde das toll hier mit den Kühlbanden. Kühlbüssen. Kühlbanden, ne? Kühlbanden, ja. Das heißt ja auch... Aber schön, dass die bei uns im Garten sind. Das finde ich klasse. Mehrzahl von Kaktus. Da ist ein weißer Vogel. Echt? Du hast den Spitzen. Geh weg jetzt. Da unten ist ein Kano. Nee, die sind rödlich. Ach, das ist ja unser Kano. Du warst die Mehrzahl von Kaktus. Oh, Level 100 hat der weiße Vogel. Wo bist du denn? Da, wo die weißen Vögel sind. Oh, da komme ich auch mal hin. An der Spitze. Oh, da hinten bei dem Schneegebiet? Ja. Da komme ich auch mal hin. Ich werde auch gerade angegriffen. Das ist nicht gut. Was ist denn jetzt ein Mehrzahl von Kaktus? Hups. Kakteen. Kakteen oder Kaktüsse oder... Nein, Kakteen. Katlanten oder... Kakadu? Bist du das hier? Nee, das bist du gar nicht. Das ist ein Krokodil. Wie groß ist denn das? Oh, da kommt mir auch einer anreiten. Level 40. Ich wollte gucken, wie groß der Vogel ist. Hups. Level 100. Nee, der ist Level 12. Wo ist ein Level 100 Vogel? Ein weißer Level 100 Vogel. Den würde ich haben. Mit hohen Vögelspitzen. Ach, ist der schön. Nee, der ist hübsch. Wenn, dann ist der hübsch. Aber der ist wahrscheinlich schon tot, ne? Nein. Der fliegt ganz einsam und allein da hinten über diese Spitze rüber. Oh, der ist aber nicht so hübsch. Der ist doch nicht ganz weiß, oder? Nee, der hat rote Flügelspitzen. Vögelspitzen. Krieg nicht zu dicht dran. Warum nicht? Der beißt. Der beißt nicht. Der will nur spielen. Ich bin gerade schon das ganze Mal angegriffen worden. Oh, jetzt ist er tot. Echt? Was sind das für Kanus? Oh. Ich weiß nicht. Soll ich mal gucken? Level 120 Kano. Mit Männchen. Der 68er ist weg. Du. Ein Level 120 Kano. Lass ihn mal im Leben. Soll er ihn leben lassen? Noch nicht. Ach, Quatsch. Aber dann knubbern die anderen eher weg. Oh, der macht aber richtig Damage. Geh weg mit einem Kano. Oh, ich wollte erst mal die Säbelzähne wegtoten. Na, das machen die Kanus doch schon. Boah. Habe ich überhaupt noch was zu knabbern mit? Du willst ihn echt noch zähmen? Nein. Oder? Nee, ich brauche auch von 120er Kano. Ist natürlich mit deiner Technik da, ne? Ist natürlich eine Maßnahme. Welcher ist denn welcher? Das weiß ich nicht. Ist ein heller grüner und ein dunkelgrüner? Ah. Was denn jetzt? Du Dodo Rex ist das Ding. Ich habe eine Meldung. Dodo Rex ist ein To-Do und Hilfe. Aber wir können Dodo Rex wirklich nicht. Ich will ein Dodo Rex. Ist bestimmt hübsch. Meinst du? Mhm. Ich habe dir nur ganz böse Sachen von gehört. Was hast du denn gehört? Ganz böse Sachen. Ich will nur den einen Kano. Nicht den anderen. Einen Kano haben wir. Rot. Ja, aber der Tiger... Aber der andere ist auch schon ordentlich angeschlagen. Ja, der frisst jetzt auf. Und wenn wir den in Ruhe hier lassen, dann spawnen wieder andere. Was macht der Tiger denn da? Ja, toll, du blöde Arge. Da bist. Ja. Das war aber knapp... Nein, ich wollte den T-Shirt. Wo ist der T-Shirt? Die jagen zusammen. Ja, ne? Ja. Jetzt frisst er seine Artgenossen. Ja. Ich will doch den T-Shirt wegmachen. Ich glaube, du triffst aber bald mehr den Kano. Wow. Echt? Nö. Gut, lassen wir die mal in Ruhe. Die können sich erstmal wieder auch holen. Ich muss mich sowieso jetzt erstmal hinsetzen. Ich auch. Ich fliege mal auf den Felsen hier. Auf meinen obligatorischen... So. Es ist so gut, dass man sich jetzt hinsetzen kann. Das finde ich auch gut. Das ist eine der besten Sachen. Ich habe gedacht, der Dordorex kommt nur nachts. Das habe ich auch gedacht. Aber ich habe eine deutliche Meldung gekriegt, dass der gespawnt ist. 104er. Da hinten sind Raptoren, ne? Ein 24er, ein 64er. Ja, ich sehe die. Ein 30er und ein 104er, glaube ich, ja. Mit weißen Söckchen. Aber so ein habe ich ja schon. Die brauche ich nicht mehr. Aber kein roter. Also kein Alpha. Ach, der Vogel denn da? Also wenn ich von roten... Ja. Wenn du sagst, das ist ein roter, dann ist es ein roter. Dann ist es ein roter. Dann ist es ein roter. Ganz roter. Oder ein Alpha. Ja, so ein... Ja, meine ich ja. Die sind nicht so groß hier, die Agentaus. Machen die da? Die tanzen. Das ist meine. Oder? Wo ist das Krokodil denn? Ich mag Luftkämpfe. Wer greift mich denn da noch an? Ich dachte, es wird tot, das Krokodil. Hey. Du sollst ihn nicht wegessen, du Arsch. Echt. Nicht den Vogel wegschnappern. Oh, gucken, was der hat. Oh, wo ist der Vogel denn? Ah, toll. Aber das Krokodil wurde schneller. Ich hab gedacht, ich hätt's noch gekriegt. Ja, ich wollte ja den Vogel ja looten. Aber ist egal. Hä, was ist da denn jetzt da hinten? Ach, das ist Stego. Mann, die hat gar nichts zu essen mehr. Echt nicht? Hast du grad gekämpft? Ach komm, der kriegt ein Prime-Miet. Das brachte es ja auch wirklich. Okay, ähm... Was machen wir jetzt? Wir wollten den Dodorex suchen. Und jetzt den Dodorex. Okay. Wieso ist der tagsüber? Das find ich jetzt sehr merkwürdig. Wir haben Tag. Warte mal, ich guck mal auf die Uhr. 16.39. Ich weiß nicht, wie von hier der Tag beginnt. Aber die Meldung hattest du doch auch, oder? Ja, ja, sicher. Hä, die Säulen sehen ganz anders aus. Guck mal. Ich flieg mal nach Hause. Die strahlen. Hier oben ist ein Strahl. Den wollte ich mal leer machen. Flieg nach Hause und guck mal. Ja, nein, da ist kein Dodorex bei uns eingesprochen. Das sieht alles normal aus. Sie sehen was Böses? Wieso sehen die jetzt so komisch aus hier, diese Dinge? Weiß ich auch nicht. Auf, der ist noch mal nach dem Dodorex. Aber mit Zähnen. Du blöder Vogel. Oh Mann, du. Dann greift mich hier so ein scheiß Tiger an. Jetzt setzt er sich da hinten hin. Ich hab Angst. Damit hab ich doch nicht gerechnet hier. Ich auch nicht. Ja, echt nicht. Wo bist denn du jetzt eigentlich? Ich flieg jetzt so einfach rum und such den Dodorex. Wir müssen ja nicht zusammenfliegen. Ja, das stimmt. Das ist Quatsch. Wenn wir das uns trennen, dann haben wir mehr Chancen. Denk ich. Dann zieh ich mal meine Winterklamotten an. Wir haben hier den Fluss hochgeflogen. Da ist ein Spino. Noch ein Spino. Das sieht aber schwul aus. Ein schwarzer oder ein grauer Spino. Ein Thracet-Spino mit einem rosa Kamm. Wieso sieht der schwul aus? Rosa Kamm. Rosa. Rosa. Das ist rosa. Das ist für mich nicht für dich. Kennt ihr nicht, ne? Müsst ihr mal ein Auspack-Video gucken. Wie man einen Laptop auspackt. Besonders die Outtakes. Die sind lustig. Die sind das Beste überhaupt. Klar, das ist das einzig Lustige an dem Video. Nein, das ist schon... Das war eigentlich das erste Video, ne? Das wir gemacht haben. Ja. Das allererste. Chaotisch, schlecht, aber hat so viel Spaß gemacht. Ja. Kart, Kart, Schnitt, Schnitte. Frühstück. Das ist wieder so ein blauer Strahl. Und ganz viel Agentavis. Ich mag das nicht. Und Raptoren, ja? Oder wie? Boah, es sind hier viele Viecher. Also ich frag mich gerade, wo der gesporned haben könnte. Nach meiner Theorie ja bei uns irgendwo in der Nähe, ne? Warum? Haben wir da ganz viele Tiere getötet? Ach ja, stimmt. Wir haben ja viele Tiere getötet. Also wenn sich nur Tiere nur da spawnen, wo Platz gemacht worden ist, muss das ja bei uns in der Nähe sein. Ähm, weil sich ja da auch nur die Tiere bewegen und was tun und machen und so. Ja, diese Antwort ist richtig. Nein, du hast schon recht. Also ich flatter ich jetzt mal jetzt. Zumal auch die Meldung jetzt kam, ähm, dass wir ja, dass der gesporned ist, nachdem wir jetzt ganz wie Viecher getötet haben. Boah, was ist denn hier los? Hier ist ein Strahl, ne? Das ist ja eine geile Versammlung. Die mag ich. Und die sind alle lieb. Bis auf die Raptoren da unten. Und die Skorpione. Die haben dich bestimmt auch lieb. Ich will da nicht halten. Ich will da nicht parken. Ich bin in die andere Richtung geflogen. Also. Ach, hier sind ganz viele Raptoren. Schildkröten. Hier kann ich doch nicht landen. Wo bin ich hier? Das sieht alles so anders aus. Uah, ist das kalt hier. Ist das eine Höhle? Ne, ne. Guck mal. Guck mal hier. Da ist eine Höhle. Ach, die kalte Höhle? Da oben. Im Nord, ganz im Nordwesten. Da ist eine Höhle. Direkt so. Da geht so ein Weg hin. Da will ich aber jetzt nicht rein. Ich fahre sie nicht. Mir ist so schon arschkalt hier. Ich muss auch mal meinen Vogel hier bremsen. Und ich rutsche hier nicht ab. Meinst du, der Dodo Rex leuchtet im Dunkeln? Weiß ich nicht. Wo soll ich das wissen? Ich spoilere mich doch nie. Ich weiß, dass es den geben soll. Aber was der jetzt genau kann. und was der macht und so. Keine Ahnung. Dann bin ich eigentlich viel zu weit geflogen. Ich fliege mal in wärmere Gefilde. Wo ist das kalt hier? Ich muss mal was essen. Aber es wird schön hier. Also hier oben. Ja, scheiß Wetter. Was sind das für gelbe Strahlen? Sind das Meteoriten? Das ist ja unheimlich. Das war ja vorher nicht. Hm. Ich fliege mal dahin, wo die Meteoriten rein theoretisch einschlagen. Ja, kannst du hier hinten hinfliegen. Da holst du mir dieses Arschkalt. Ja, die schlag überall ein. Ich muss hier weg. Dann lasse ich sogar den Strahl hier liegen. Ich will ins Warme. Ich hab doch gegessen. Ich hab auch warme. Boah, ist das dunkel. Ist das dunkler wie sonst? Ich weiß nicht. Es regnet. Es ist kein Mond da. Ich hab auch warme Klamotten an. Aber trotzdem krieg ich die ganze Zeit hier Schaden. Weil es so kalt hier ist. Wie gar nichts. Ach so, die Karte sieht man ja nicht, wenn man... Ja, ich muss noch ein Stück fliegen. Hilft nix. Bis dann will ich das überleben. Wir hatten doch eine Hütte hier oben. Unten irgendwo, ne? Ich glaub, da unten hatten wir eine Hütte gebaut. Da fliege ich mal hin. Hm. Ah, hier ist warm. Jetzt wieder kalt. Ja, eben ganz kurz war das weg. Jetzt ist es wieder da. Ich weiß, dass wir hier eine Hütte gebaut haben. Wieso habe ich denn keine Fackel in der Hand? Wir haben doch gleiche Wärme. Warm ums Herz. War hier nicht mal eine Hütte? Hä? Wird noch hier mal eine Hütte gebaut? Eigentlich ja. Die ist weg? Nee, ne? Doch. Da ist jetzt ein Kürbisfeld. Ähm. Ich glaub, da vertust du dich. Nö, doch nicht. Stimmt. Das Kürbisfeld ist genau vor der Hütte. Ja, das kann ich mir schon eher vorstellen. Sonst wäre ja auch unsere Hütte irgendwie in Mitleidenschaft bezogen oder so. Ja. Muss mal landen. Bin auch grad gelandet. Bin aber zu Hause. Ich weiß nicht, ob hier irgendwelche bösen, bösen, bösen Tiere sind. Deswegen wollte ich ja eigentlich auf dem Felsen. Ja, oder? Bist du jetzt auf... Wieso ist der auf Passiv? Ich hab doch auf... Wie heißt dies? Na komm da her, du blöder Vogel. Wie meint das hier so? Ich pack mich hier die ganze Zeit fest, weil ich so doof bin. Was ist das denn hier? Hier kommt grad ein lila Strahl runter, genau vor dem Haus. Das ist ja cool. Dann nett von denen. Blöder Vogel. Du bist jetzt neu... Also wenn du auf dem Tier sitzt, ja? Und dann alle Tiere auf Passiv setzen willst, ja? Mhm. Dann geht das nicht. Ach. Also dann, der bleibt dann nicht passiv. Äh, Quatsch. Der bleibt so, wie er ist. Ich mach hier das auch nochmal hübsch. Also ich seh gar nichts. So, ein paar Kürbisseen gesetzt. Es ist viel zu dunkel. Ja. Hier kommt grad ein Strahl runter, ein Violetter. Das find ich gut. Ob das so bleibt? Mit diesen Dingern? Die sehen ja irgendwie nicht mehr so episch aus, ne? Nee, irgendwie nicht. Einfach wenigstens, wenn es aufgehört zu regnen. Ja.